Willkommen in Almadien. Eine der Städte, zusammen mit der Slowenische Stadt Idria, wurde Welterbe durch UNESCO-Konvention am 30. Juni 2012 erklärt. Beide Orte sind Zeugnis von Gruppenbau und von interkontinentales Handeln mit Quarksilver. So wurden wichtigen technologischen Austausch um während Jahrhunderte auch kulturellen zwischen Europa und Amerika. Wir stellen Ihnen einen Ausflug durch verschiedene touristische Interesspunkte und auch von der Stadt, damit Sie unsere Gesichter erfahren können. In der Anwendung, die Sie in Ihren Händen haben, können Sie eine Karte sehen, in der die verschiedenen Interesspunkte gezeichnet sind. Ebenfalls, es gibt einen Routenvorschlag von Ihren aktuellen Standorten zu Ihnen. Gerade sind Sie im Waldoferia-Platz. Hier kann man die Stierkampf-Arena, das Stierkampf-Museum und das Denkmal für den Werkarbeiter sehen. In Janin können Sie das Waldoferia-Museum besuchen und den Rest der Route durch einmal den Vorsitzenden. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Besuch und Aufenthalt. Erweich hat das Waldoferia-Museum. Untertitelung des ZDF, 2020